Ja, Jarin hat mal seine 5 bis 20 Gramm Gute eingeweiht. Guck mal, was da so dranhängt. Für den ersten vernünftigen Freund von Jarin. Ja, danke Jungs. Na Jarin, ich bin sehr zufrieden mit euch. Vielleicht doch ein bisschen Polak angeln heute? Ja, vielleicht versuchen wir das noch. Hier, halt fest. Halt in die Kamera. Ach so, so. Schöner Polak. Danke, Gonorke. Das war super, was die hier anzuhalten. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Das war der Karte, zufrieden, richtig steinวก. Wie ich bin sehr zufrieden mit euch. Ich bin sehr weit weg am programmersiker. Wir gehen abku 로 trucks und Antes. Ich bin sehr breasts. Das 파 Vielen Dank.